Schützen Sie sich und andere. Bitte beachten Sie die in den Bahnhöfen und Zügen geltenden Verordnungen und Gesetze zur Abstands- und Maske-Tragepflicht, sowie die in den Zügen geltende 3G-Regeln. Bitte nutzen Sie die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Schützen Sie sich und andere. Bitte beachten Sie die in den Bahnhöfen und Zügen geltenden Verordnungen und Gesetze zur Abstands- und Maskentragepflicht, sowie die in den Zügen geltende 3G-Regel. Bitte nutzen Sie die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Gleis 5 Einfahrt IC 22 05 nach Koblenz Hauptbahnhof über Oberhausen. Abfahrt 17.15 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu IC 22 13 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 17.43 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Störung an einem anderen Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 7 Einfahrt IC 29 36 nach Köln Hauptbahnhof über Wuppertal Hauptbahnhof. Abfahrt 11.32 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE 7 nach Krefeld Hauptbahnhof über Ennepetal. Abfahrt 11.39 Uhr. Von Gleis 7. RB 91 nach Siegen über Verdol. Abfahrt 11.40 Uhr. Von Gleis 1. Und RB 91 nach Iserlohn über Lindmarte. Abfahrt 11.40 Uhr. Von Gleis 1. Information zu RE 1 von Magdeburg-Kernenkrupp. Anruf 12.04 Uhr. Heute auf Gleis 11. Ich wiederhole RE 1 von Magdeburg-Kernenkrupp. Anruf 12.04 Uhr. Heute auf Gleis 11. Bitte nicht einsteigen. Ihre nächsten Anschlüsse RE 1 nach Brandenburg-Hauptbahnhof über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 12.35 Uhr. Von Gleis 9. Information zu IC 29.43 Uhr. Information zu IC 29.43 nach Leipzig-Hauptbahnhof über Braunschweig. Abfahrt 14.11 Uhr. Heute circa 55 Minuten später. Grund dafür ist die Beschädigung einer Brücke. Information zu IC 29.43 Uhr. Information zu IC 29.43 Uhr. Leipzig-Hauptbahnhof via Braunschweig-Departure 14.11 Uhr. Delegate today by about 55 minutes due to damage to a bridge. Information zu ICE 953 nach Berlin-Hauptbahnhof tief über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 18.31 Uhr. Heute von Gleis 10. Direkt gegenüber. Ich wiederhole. ICE 953 nach Berlin-Hauptbahnhof tief über Berlin-Hauptbahnhof. Abfahrt 18.31 Uhr. Heute von Gleis 10. Direkt gegenüber. Heute 1. Klasse in Abschnitt B. Information on ICE 953 to Berlin-Central via Berlin-Central. Departure 18.31 Uhr. Today von Headfall 9. I repeat. ICE 953 to Berlin-Central via Berlin-Central. Departure 18.31 Uhr. Today von Headfall 9. First-Class-Coaches today in Headfall Section B and C. Information zu IC 24. 08 von Köln Hauptbahnhof. Ankunft 14.42 Uhr. Heute auf Gleis 9. Ich wiederhole. IC 24. 08 von Köln Hauptbahnhof. Ankunft 14.42 Uhr. Heute auf Gleis 9. Bitte nicht einsteigen. Information zu RE von Hamburg Hauptbahnhof. Ankunft 16.22 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Gleis 2b Einfahrt RB 76 von Oppendorf. Weiter als RB 76 nach Kiel-Oppendorf über Kiel-Schulen am Langsee. Abfahrt 11.08 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICE 618 von München Hauptbahnhof. Ankunft 11.23 Uhr. Heute circa 40 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorauswahrenden Zuges. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 533 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg. Hauptbahnhof mit ICE 583 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg. Hauptbahnhof, Abfahrt 9.02 Uhr. Heute circa 15 Minuten später. Grund dafür ist die Bereitstellung weiterer Wagen. Information zu ICE 680 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof. Mit ICE 630 nach Bremen Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 12.55 Uhr. Heute circa 50 Minuten später. Grund dafür ist ein defektes Stellwerk. Wir bitten um Entschuldigung. Gleis 5, Einfahrt IC 2038 nach Emden Hauptbahnhof über Magdeburg. Abfahrt 12.27 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4, Einfahrt RE nach Halle Hauptbahnhof. Abfahrt 13.13 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu EC 289 nach Innsbruck, Hauptbahnhof über Kufstein. Abfahrt 20.14 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine verspätete Bereitstellung des Zuges. Gleis 4, Einfahrt RE 5 nach Salzburg-Hauptbahnhof über Prien am Kimsee. In den Abschnitten E und F. Abfahrt 21.31 Uhr. Mit RB 54 nach Kufstein über Oberaudorf. In den Abschnitten C und D. Abfahrt 21.35 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu IC 2034 nach Norddeich über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 17.33 Uhr. Heute als Ersatzzug. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Information zu IC 1949 nach Leipzig Hauptbahnhof über Magdeburg. Abfahrt 16.12 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. IC 2431 nach Cottbus über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 16.32 Uhr. Abfahrt 16.32 Uhr. Von Gleis 2. Gleis 3. Einfahrt ICE 375 nach Basel SBW über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. In den Abschnitten A bis F. Abfahrt 16.20 Uhr. Heute ohne gastronomisches Angebot. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICE 797 nach Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof über Göttingen. Abfahrt 15.21 Uhr. Heute als Ersatzzug. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Gleis 2 Einfahrt RS4 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.38 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2 Einfahrt RE56 nach Bremen Hauptbahnhof. Mit IC 2431 nach Berlin Ostbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. In den Abschnitten B bis E. Abfahrt ursprünglich 13.54 Uhr. Zug wird in Bremen Hauptbahnhof. Zug wird in Bremen Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3 Einfahrt IC 2039 nach Leipzig Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. In den Abschnitten C bis E mit RE56 nach Bremen Hauptbahnhof über Delmenhorst. Abfahrt 11.35 Uhr. Zug wird in Bremen Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 4 steht RE18 nach Osnabrück Hauptbahnhof über Osnabrück Altstadt. Abfahrt 11.29 Uhr. Gleis 4 steht in Bremen Hauptbahnhof. Information on ICE 278 from Interlaken Ost. Arrival 19.39. Delayed today by about 90 minutes due to a fallen tree on the line. We apologize for any inconvenience. Gleis 9 Einfahrt RT 5 nach Kassel-Auerstadion. Abfahrt 17.35 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu IC 2375 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 17.03 Uhr. Heute ohne Halt in Warbern, Treisa, Marburg, Gießen und Friedberg. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Information zu RB 47 nach Braunschweig Hauptbahnhof über Röttges-Büttel. Abfahrt 14.21 Uhr. Fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu RB 47 nach Uelzen über Warenholz. Abfahrt 11.38 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Gleis 3 Einfahrt ICE nach Nürnberg Hauptbahnhof über Dortmund. Abfahrt 18.02 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9 Einfahrt IC 2213 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Essen Hauptbahnhof. Abfahrt 17.02 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu IC 2045 nach Dresden Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt 19.10 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist das Warten auf Anschlussreisende. Information zu ICE 2915 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 18.59 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Information zu ICE 1915 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 18.59 Uhr. Heute als Ersatzzug. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. 다음 Morgen. Information zu Fex 18 9.51 von Berlin Hauptbahnhof. Ankunft 16.27 Uhr. Heute circa 20 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Information on FEX 18 9 51 From Berlin Central Arrival 16 27 Delayed today by about 20 minutes Due to a delay in a previous journey Gleis 1 Einfahrt FEX 18 9 51 Von Berlin Hauptbahnhof Weiter als FEX 18 9 50 Nach Berlin Hauptbahnhof Tief über Berlin Ostkreuz Abfahrt ursprünglich 16 Uhr 34 Vorsicht bei der Einfahrt Information on ICE 831 Arrival 18 56 Delayed today by about 20 minutes Due to overhead line damage Platform 5 Now arriving FEX 18 9 56 From Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 1 bis 2 Continuing as FEX 18 9 63 Due to Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 1 bis 2 Via Berlin Ostkreuz Scheduled departure 18 57 Caution the train is arriving Information zu REX 2 Nach Wittenberge über Berlin Spandau Abfahrt 12 Uhr 31 Heute circa 15 Minuten später Information zu REX 7 Nach Dessau Hauptbahnhof über Michendorf Abfahrt 13 Uhr 21 Heute von Gleis 3 Direkt gegenüber Ich wiederhole RE7 Nach Dessau Hauptbahnhof über Michendorf Abfahrt 13 Uhr 21 Heute von Gleis 3 Direkt gegenüber Gleis 4 Einfahrt ICB 507 Nach Wüncher Hauptbahnhof an Dessau Hauptbahnhof über Berlin Hauptbahnhof In den Abschnitten A bis G Abfahrt 10 Uhr 10 Vorsicht bei der Einfahrt Vorsicht bei der Einfahrt Gleis 3 Gleis 3 Einfahrt R W 10 Nach Nauen Über Segefeld Abfahrt 11 Uhr 27 Vorsicht bei der Einfahrt Gleis 8 Steht RE4 Nach Hamburg Hauptbahnhof über Hamburg Harburg Abfahrt 17 Uhr 33 Gleis 7 Einfahrt RS2 nach Twisteringen über Kirchweil Abfahrt 17 Uhr 33 Vorsicht bei der Einfahrt Gleis 7 Einfahrt B ICB 20 27 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Dortmund in den Abschnitten A bis F Abfahrt 18 Uhr 44 Vorsicht bei der Einfahrt Auf Gleis 6 steht für Sie bereit S45 nach Südkreuz über Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 5 Schöne Weide Gleis 12, Einfahrt S42, Ringbahn, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt RE 9 nach Halle Hauptbahnhof, Übersangerhausen, Abfahrt 15.35 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5, Einfahrt RB 81 von Bodenfelde, Ankunft 16.15 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 15, Steb IC 2442 nach Köln Hauptbahnhof, Über Hannover Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 14.38 Uhr, Heute, Erste Klasse in Abschnitt C. Information zu ICE 598 nach Berlin Gesundbrunnen über Berlin Hauptbahnhof tief, Abfahrt 17.16 Uhr, Heute, ca. 70 Minuten später. Grund dafür ist ein defektes Stellwerk. Wir bitten um Entschuldigung. Nächste Station, Braunschweig Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir danken Ihnen für die Reise mit der Harz-Weser-Bahn und hoffen, Sie bald wieder als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Herzlich willkommen im Intercity der Deutschen Bahn nach Dresden Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Magdeburg Hauptbahnhof. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt.